Dort ist, glaube ich, wirklich das Stichwort, niedrige Eintrittsbarrieren zu schaffen, wo du im Endeffekt und wieder geerwähntes OneNote, wenn du uns sponsern willst, dann bitte, wo du sozusagen, dort klickst du einfach rein, ziehst ein Fensterchen auf und fangst zum Schreiben an. Und wenn du dann neben was haben magst, dann klickst du nochmal dorthin und dann fangst du halt dort zum Schreiben an. Also wirklich, ich glaube, einfacher geht es praktisch nicht mehr. Also man muss, ich meine, wie gesagt, ich bin ein bisschen ein Fan, weil ich mit dem Tool einfach schon länger gearbeitet habe und einfach immer wieder erstaunt war über die Einfachheit und auch die Robustheit von dem Tool. Einfach, du machst es auf, es ist nahezu instant da und dann tippst du einfach deine drei Sachen rein und dann kommt die Antwort rausgespuckt. Also wirklich ein Traum zum Arbeiten damit und ich glaube, genau danach müsste man sich strecken, nach dieser Decke. Wie einfach kann es sein, dass Leute dazu beitragen, Sachen da hineinzustellen.